Hallo, it's me. Hi, ich bin die Vanessa und arbeite im Marketing im Fotostudio und bin so zuständig für Social Media und den Produktfotos. Let's go! Ja, also ich mache selber Musik, ich spiele Gitarre und ja sonst einfach immer so ein bisschen gesanglich dazu trillern. Aber Klavier fange ich jetzt an so zu lernen. Ja, ich habe es mir schon gedacht. Man wusste, dass es meine Freitagssocken sind. Das ist Pixi Hartmann, das ist so mein Arbeitsbuddy. Ich habe ihn auch schon auf meinen Socken und das sind meine Freitagssocken. Die habe ich immer freitags an. Pixi Hartmann sagt auch immer Hallo. Das ist schwierig, aber ich glaube, so einen richtig großen Popstar, so mit Taylor Swift mal auf der Bühne zu stehen, wäre doch auch ganz schön, oder? Was ist das Beste? Ui! Man kann irgendwie jeden Song nachspielen. Also egal, auch wenn man irgendwie meine Melodie hat. So, jetzt bin ich raus! Mann! 2 3 5 7 7 7